Hallo meine Lieben, wie ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen habt, ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen unterwegs und ich dachte mir, es wäre mal ganz nett, dass ich euch zeige, was ich immer beim Wandern alles so dabei habe an Wander Essentials. Vielleicht ist das ein oder andere für euch auch neu oder hilft euch auch, eure Tour besser zu überstehen. Genau, fangen wir mal an. Was ich absolut jedem empfehlen kann, das habe ich erst vor ein paar Jahren auch erfahren. Es gibt immer diese ganz dünnen Buffs, heißt es ja. Und das kann man sowohl als Stirnband oder halt auch um den Hals einfach mal drum tun, vor allem oben auf dem Gipfel. Da zieht es halt einfach öfters zu oder man weiß einfach nicht genau, wie die Temperatur ist. Wenn es unten warm ist, kann es auch im Gipfel trotzdem relativ kalt sein. Heute ist es vom Wetter her, es geht, da habe ich meine Sonnencreme nicht dabei, aber ich kann es euch auch nur wärmstens empfehlen, immer eine Cappy mitzunehmen. Ich habe ja schon so oft ein Sonnenbrand eingefangen, das ist wirklich nicht voll ehrlich. Man darf es nicht auf das Schätzen, auch wenn es gewöhnlich ist. Was ich auf jeden Fall auch immer mitnehmen, ist eine Sonnencreme. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, Sonnenbrand fängt mit sich mal schnell ein. Und ich wurde auch oft schon angesprochen, welche Sonnencreme ich denn verwende. Also bei den alten Videos von mir, da rede ich ja sehr viel über Naturkosmetik und dass die Sachen am besten nicht so ganz belastet sein sollten. Und ich benutze tatsächlich immer die von BEEP. Das ist jetzt kein Product Placement, von der es aber werde ich nicht gesponsert oder so. Mir ist aufgefallen, die ist halt einfach so eine Bio-Naturkosmetik-Sonnencreme und hinterlässt nicht diesen ekeligen weißen Film immer auf der Haut, was ja durchaus nervig sein kann. Also die benutze ich immer. Habe ich glaube ich damals bei der BEEP gekauft. Die nächste Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte, ist, es hat eine Firma, die hat mich angeschrieben. Die heißt Nordmut. Und der Robin, der Gründer von der Firma, mit der ich auch kontaktiere, ist wirklich ein ganz netter. Er war dann so lieb und hat mir ein paar Sachen zum Testen mal auch geschickt. Die stellen so nachhaltige Wanderequipment-Sachen zur Verfügung, also zum Verkauf. Und ich bin wirklich begeistert. Also einmal, klar, es gibt eigentlich zuhauf Edelstahlflaschen überall zu kaufen, aber, also erstens mal, die liefern das mit, mit einem Karabiner. Das heißt, kannst du dir auch an den Rucksack oder so dranhängen, statt einer Trinkflasche, äh, statt einer Trinkblase besser gesagt, die ich immer nicht so angenehm finde, weil auch dieser Plastikgeschmack doch noch im Wasser auch mit drinnen ist. Und so musst du es auch nicht immer aus dem Rucksack rauskrammeln, wenn du es dir an den Rucksack dranhängst. Dann haben die eben bei der Trinkflasche, das habe ich eben davor auch noch so nie gesehen, hier habe ich jetzt Ingwerstücke drinnen. Und dann quasi zieht das einfach so in meinem Wasser die ganze Zeit, ja, durch. Somit habe ich nicht diese ganzen Stücke oder was immer ich da auch, wenn ich losentee mitnehmen möchte, kann ich den einfach hier abfüllen. Und, ähm, ja, ist dann einfach in der Flasche ganz bequem zum Transportieren. Kannst du euch mal zeigen, hoppla, Vorführeffekt. So ungefähr sieht das Ganze, das Ganze dann aus. Und, ähm, die haben auch immer, das finde ich wirklich cool, auch bei der Brotzeitbox, nochmal so einen, wie nennt man denn das, äh, Dichtungsring, ja. Dichtungsring, ja, genau. Ähm, mein Deutsch. Ähm, ja, haben sie immer noch so einen Dichtungsring mit dabei. Das ist wirklich gut, weil, ja, wir sind auch schon Flaschen des Öfteren mal ausgelaufen. Bei den Edelstahlboxen von denen, was ich auch ziemlich, ziemlich cool finde, haben die auch so nochmal Trendfächer mit dabei. Und, ähm, man kann sich bei denen auch nochmal so einen Löffel kaufen. Beziehungsweise ist es eben für alle, die scannen, wenn man auch mehr Tagestouren unternimmt, kann man halt eben sowohl den als Gabel verwenden, als auch als Löffel. Das ist wirklich praktisch. Also sei es jetzt als Joghurt oder was auch immer man dabei haben möchte. Ähm, zusammenklappen tut man den einfach, indem man hier zusammen, das Ganze zusammendrückt. Und dann einfach mal umklappen. Also wirklich sehr, sehr leicht und praktisch zum Transportieren. Und wenn ihr auch nochmal Touren im Winter macht, dann haben die auch so Tassen, die die Wärme auch wirklich länger halten. Also ihr könnt euch ganz in Ruhe, entspannt hinsetzen auf dem Berg, mal was Warmes trinken, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass euch das alles gleich kalt wird. Genau, ich habe euch die Firma unten verlinkt. Nordmut, wirklich schaut da mal vorbei. Die haben echt cooles Equipment und, ähm, ja, eigentlich ein total sympathisches und tolles, junges, dynamisches Team. Dann nochmal zu den weiteren Essentials, die ich, ähm, auch wirklich immer dabei habe, ist ein externes Ladekabel. Kann ich echt wirklich jedem nur empfehlen. Ich würde auch ein kleineres wählen, weil die Dinger werden relativ schnell schwer. Kennt ihr ja vielleicht. Und, ähm, das war jetzt ein kleineres. Hab ich damals auch auf Amazon gekauft. Wird nicht sehr praktisch, weil der Akku ja manchmal nicht so lange hält, vor allem bei schwankenden Temperaturen. Das muss ich mal belegen, was ich euch zeigen wollte. Natürlich Wanderstecken. Ohne die geht's auf keinen Fall. Also Wanderstecke habe ich eigentlich persönlich immer dabei. Ähm, ich finde, damit geht es sich auch viel leichter. Vor allem beim Runtergehen ist es auch wirklich knieschonender. Und eine coole Sache muss ich euch auch noch zeigen. Dafür muss ich tatsächlich meine Schuhe mal ausziehen. Und zwar, ich habe immer so ein ganz großes Problem mit, ähm, Blasen durchlaufen. Also ich hatte, stattdessen, also wirklich so ein Dilemma, überhaupt Wanderschuhe zu finden, wo ich mir keine Blasen gelaufen habe, und dann habe ich von sogenannten Anti-Blasen-Socken erfahren. Die gibt es nur von dieser Firma. Ähm, von der werde ich nicht gesponsert, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die sind quasi zweilagig. So mit Reiben, die reibt der Schuh an dem einen Teil des Sockens und dann innen drin die Schicht, federt dann nochmal die zweite Reibung ab. Also es ist wirklich eine super Erfindung, seitdem ich diese Socken trage, und dann habe ich keine Probleme mit Blasen. Nur wenn es ganz steil aufhängt, dann greift es doch noch ein Bezug. An der Stelle kann ich euch jedem empfehlen, Tape sich zu kaufen. Das ist ganz normal ein Klettertape. Oder könnt ihr aber auch Physio-Tape euch besorgen, Kinesio-Tape. Und erstmal auf die Ferse, zweimal, dreimal lagig was drauf. Und danach noch die Blasensocken. Und dann nochmal die Bergschuhe. Ein weiterer Essential, gute Bergschuhe. Und dann seid ihr echt verrüstet und plötzlich auch wirklich keine Blasen. Seid da stabil unterwegs auf dem Berg. Also das ist wirklich, seitdem ich das weiß, ich sage es euch deshalb, weil ich habe alles ausprobiert, tausendmal Schuhe wechseln müssen und zurückgeben müssen. Ich hoffe, das hilft euch, falls ihr auch ein Problem habt mit Blasen immer laufen an den Füßen. Und der letzte Wander-Essential habe ich tatsächlich heute nicht dabei, weil es sehr, sehr warm ist. Und wir nur eine kleine Runde gelaufen sind. Aber irgendeine Jacke, am besten nochmal so eine windfeste Jacke, ist immer gut. Weil auch im Sommer auch ein Gipfel zieht manchmal richtig, richtig stark. Darf man nicht unterschätzen. Also eine Jacke, egal wie schön es draußen warm ist, manchmal eine, manchmal zwei für die Wärme, dann auch zusätzlichen Windschutz, würde ich immer mitnehmen. So meine Lieben, das waren meine Wander-Essentials. Lasst mir sehr gerne in den Kommentaren unten da, was ihr immer mit auf dem Berg dabei habt. Und ja, habt ihr noch was anderes lieber dabei habt? Nee, ich glaube, du hast echt alles Wichtige gesagt. Ja, Bello könntest du immer noch mitnehmen. Heißes, der heißes Sprüdelippen. Absolut. Oh, Bikini im Sommer. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Ja, das ist super gut. Genau. Oder halt nackt baden geht auch. Also meine Lieben, bis nächste Woche. Piat bi.